Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über Männeraccessoires. Ja Leute, in der letzten Zeit wurde ich echt oft angeschrieben von unterschiedlichen Herstellern, kannst du mal unsere Produkte testen und oftmals sage ich auch nein, weil deren Produkte einfach nicht zu meiner Zielgruppe passen. Aber dieses Mal wurde ich angeschrieben von einer Firma aus der Schweiz. Und bekanntlich können die Schweizer ja wirklich sehr gut Uhren und Schmuck herstellen. Und in diesem Fall war es ein Schmuckhersteller für Männer. Die haben ganz neu, niegelnade neu, eine Marke auf den Markt gebracht. Paul Weston heißt die Marke. Und ich habe gedacht, hey, cool, ich habe noch kein Video zum Thema Männeraccessoires gemacht. Passt ganz gut. Ich mache doch mal ein Video dazu. So, ich habe mir jetzt vier Produkte rausgesucht. Und auf jeden Fall dranbleiben, denn zum Ende des Videos werden auf jeden Fall noch zwei Produkte verlost. So, auf jeden Fall. Ja, ich persönlich bin nicht so der Typ, der oft Accessoires trägt. Ich trage vielleicht maximal eine Uhr oder manchmal eine Kette. Ja, ist aber schon echt lange her gewesen, dass ich das letzte Mal eine Kette getragen habe. Oder halt ein Lederarmband oder halt ein anderes Armband maximal. Weil ich finde es halt sehr, sehr schwierig bei solchen Produkten, auch wenn sie von irgendwelchen Marken kommen. Ich finde es teilweise sehr billow, ja. Wenn das halt billig aussieht, bin ich überhaupt kein Fan davon. So, und ich habe mir jetzt die Produkte zuschicken lassen. Und ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die Produkte auch sehr billow sind. Aber ich wurde wirklich überrascht. Denn die Produkte, die mir zugeschickt worden sind, ja, kommen nicht aus China. Nein, sie kommen aus der Schweiz. Und die Schweizer haben es tatsächlich drauf, muss man allerdings sagen. Denn die Produkte sind sehr gelungen. Jedes Produkt von Paul Weston kommt in einer Box, ja. Und allein diese Box sieht schon sehr, sehr hochwertig aus. Wenn man diese Box aufklappt, dann sieht man schon direkt das Produkt. Und zusätzlich zu dem Produkt ist auch noch eine kleine VIP-Karte mit dabei. Ja, da wird nochmal darauf hingewiesen, dass es auch einen VIP-Biars-Club gibt. Das ist unter paulwestonjewely.com slash VIP. Und wenn man mit seinem Produkt nicht zufrieden ist, kann man das Produkt auch dementsprechend reklamieren. Also, ich muss sagen, diese Produkte, nachdem ich jetzt die Produkte aufgemacht habe, und mir die Produkte alle angeguckt habe, muss ich echt sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Alle Produkte kommen sehr hochwertig rüber, ja. Also kein Billowscheiß aus China, sondern wirklich hochwertig. Die Marke Paul Weston hat mich gefragt, Daniel, welche Produkte möchtest du denn haben? Und ich habe mir jetzt zwei Ketten als auch zwei Armbänder ausgesucht. Und ich muss sagen, sowohl die zwei Armbänder als auch die zwei Ketten sind sehr, sehr hochwertig. Zum einen habe ich mir eine Kette ausgesucht, ein Kreuz, ein schwarzes Kreuz. Ich finde, so ein schwarzes Kreuz kann man eigentlich immer zu sämtlichen Offices anziehen. Das ist sehr schlicht. Zum anderen habe ich mir eine bisschen extravagante Kette ausgesucht, einen silbernen Löwen. Eher so der Biker-Style, würde ich sagen. Aber kann man auch zu einer Lederjacke ganz cool anziehen. Kommt sehr, sehr hochwertig rüber. Eine schöne Kette dazu. Also ich muss sagen, sehr, sehr gelungen die beiden hätten. Zudem habe ich mir zwei Armbänder ausgesucht. Das eine Armband ist ein Leder-Perlen-Armband. Und der Verschluss ist aus Metall. Kommt sehr, sehr hochwertig rüber, muss ich sagen. Ich finde auch den Mix zwischen Perlen- und Lederarmband sehr gut. Und das andere Armband ist einfach nur ein klassisches Metallic-Lederarmband in schwarz. Die Optik gefällt mir sehr gut. Man kann auch tendenziell beide Armbänder kombiniert verwenden. Ja, generell muss ich sagen, diese Männer-Accessoires kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach einem coolen Männer-Lederarmband und generell nach einem coolen Arm oder einer coolen Kette, dann muss ich ehrlich gestehen, ja, sind diese Dinger wirklich gut. Ja, all in all bin ich, wie gesagt, sehr positiv überrascht. Aber, 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 es muss natürlich immer zum Typ Mensch passen, ja. Wenn du jetzt kein Typ bist, der keine Lederarmbänder trägt, dann versuch nicht gezwungen, irgendwie einen Lederarmband zu tragen, ja. Versuch immer, du selbst zu sein. Und das ist immer, finde ich, an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Ich persönlich muss aber allerdings sagen, dass ich auf jeden Fall die Armbänder selber tragen werde, ja. Ich hatte sie auch schon um und ich finde sie echt sehr cool. Ich packe die Links zu den Produkten auch in die Infobox rein. Also falls ich der eine oder andere ein Produkt von Paul Weston bestellen möchte, könnt ihr das auf jeden Fall gerne tun. So, ich möchte meiner Community euch auch was zurückgeben und aus diesem Grund verlose ich zwei Ketten von Paul Weston. Zum einen die Tigerkette, äh, die Löwenkette in der Silbeoptik und zum anderen gibt es die Kreuzkette in Schwarz zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Abonniert meinen YouTube-Kanal und abonniert mich auf Instagram. Und schreibt Hashtag ManStyling unter dieses Video und dann könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel läuft zehn Tage. Zehn Tage nach Veröffentlichung dieses Video kriegt der Gewinner eine Direct Message von mir. Also nochmal zum Mitschreiben, abonniert meinen YouTube-Kanal, abonniert meinen Instagram und schreibt ManStyling in die Kommentare rein. So, ich verlinke nochmal alle Produkte in die Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr zum Thema ManStyling wissen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über euren Support. Bis dahin, macht's gut. Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.